Hallo zusammen, heute haben wir unser drittes Video zum Konjunktiv 2. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit der höflichen Bette mit dem Konjunktiv 2. Bevor wir uns die höfliche Bette mit dem Konjunktiv 2 anschauen, wollen wir zuerst die Frage stellen, wie kann man um etwas betten? Man kann den Imperativ benutzen, helf mir, helfen Sie mir, das ist aber so unfreundlich. Man kann den Imperativ mit dem Zauberwort bitte, helf mir bitte, helfen Sie mir bitte, oder auch fragen mit dem Wort bitte, helfst du mir bitte, oder helfen Sie mir bitte, Das geht. Besser ist, wenn man Fragen mit dem Modalverb können stellen kann, kannst du mir bitte, helfen, oder können Sie mir bitte, helfen. Am besten ist es aber, wenn man eine höfliche Bitte mit dem Konjunktiv 2 macht. Die erste Variante ist, dass wir eine Frage mit dem Konjunktiv 2 vom Verb werden stellen. Wir sagen, ich würde, du würdest, er, sie, es würde, wir würden, ihr würdet, sie, sie würden. Und so sieht unsere Frage aus. Würden Sie bitte die Tür zu machen? Würdest du mir bitte Wasser geben? Würden Sie mir bitte sagen, wie ich zum Bahnhof fahren kann? Da haben wir den Konjunktiv 2 vom Verb werden mit dem Zauberwort bitte und wir haben am Ende einen Infinitiv. Die zweite Variante von der höflichen Bitte ist die Variante mit dem Konjunktiv 2 vom Verb können, könnten. Ich könnte, du könntest, er, sie, es könnte, wir könnten, ihr könntet, sie, sie könnten. Da stellen wir auch Fragen mit dem Zauberwort bitte. Könnten Sie mir bitte sagen, wie spät es ist? Könntest du mir bitte helfen? Könntet ihr bitte pünktlich kommen? Da haben wir den Konjunktiv 2 vom Modalverb können, könnten mit dem Zauberwort bitte und am Ende haben wir den Infinitiv sagen, helfen, kommen. Es gibt nicht nur diese zwei Varianten, mit denen man eine höfliche Bitte formulieren kann. Auf den nächsten Folien haben wir andere Redemittel für eine höfliche Bitte. Man kann zum Beispiel sagen, ich hätte gern und da braucht man ein Akkusativobjekt. Zum Beispiel, ich hätte gern einen Termin oder ich bräuchte bitte plus Akkusativ. Bräuchten ist Konjunktiv 2 vom Verb brauchen. Man kann auch den Konjunktiv 2 vom Verb mögen benutzen. Man kann sagen, ich möchte bitte zum Beispiel, ich möchte bitte ein Glas Wasser. Man kann diese Variante auch benutzen, es wäre nett, es wäre toll, es wäre schön. Und dann brauchen wir einen Nebensatz mit wenn. Zum Beispiel, es wäre schön, wenn Sie punktlich kommen. Es wäre nett, wenn Sie mir die Tür aufmachen. Man kann auch sagen, dürfte ich Sie oder dürfte ich dich bitten und dann braucht man zu Plus-Infinitiv. Zum Beispiel, dürfte ich Sie bitten, die Tür zu öffnen? Man kann auch sagen, würde es Ihnen bzw. würde es dir etwas ausmachen, wenn oder zu Plus-Infinitiv. Zum Beispiel, würde es dir etwas ausmachen, wenn ich jetzt esse? Würde es dir etwas ausmachen, wenn ich hier rauche? Würde es dir etwas ausmachen, wenn ich das Fenster aufmache? Und so weiter. Man kann auch eine Frage stellen mit, würden Sie mir den Gefallen tun? Und da braucht man einen zweiten Satz. Würden Sie mir den Gefallen tun und ruhig bleiben? Würden Sie mir den Gefallen tun und mir Wasser bringen? Und so weiter. Man kann auch Sätze formulieren mit, wären Sie so nett? Wären Sie so nett, wären Sie so freundlich und dann brauchen wir einen zweiten Satz. Zum Beispiel, wären Sie so nett und geben Sie mir dieses Buch. Wären Sie so freundlich und öffnen Sie mir die Tür und so weiter. Das war es für heute. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!